16 Liter, ach ja, hat sieben Jahre hier gestanden, jetzt wollen wir mal gucken, 16 Liter Alterssprit, ob der damit kommt, die Batterie ist neu, die Bremsen haben wir geguckt, die Bremsen sind nicht fest, ob der Hauptbremszylinder funktioniert, wissen wir nicht, vor sieben Jahren funktionierte es, äh, ja, ich mach die Haube mal zu und sag dann einfach mal mit gezogenem Schok, der Sprit ist nachgelaufen, Zündung, 7 Jahre alter Sprit und der Wagen läuft immer noch, ja, sag doch einfach, die Oktarzahl spielt eine Rolle, ja, ich wollte erst mal gleich gucken, wenn der Wagen die Vollbremsung hinregt, so, und ich sag, feuerfrei, wenn wir denn jetzt so die Gänge finden können, na, ich würde sagen, das lässt sich doch sehen, für Baujahr 1965, der Campingkombi, ja, tschüss.